wunderschönen Montagnachmittag diesem Feiertag also Osterei ist drin und herzlich willkommen auf YouTube wenn auch immer diese Folge rauskommt das kann nur eine Sauer ich glaube das Mikrofon ist jetzt so besser ich habe da mal ich habe da mal ein bisschen gebastelt offline weil ja man muss es halt ich glaube nicht dass das alles jeder sehen will alles was ich baue was was ich baue was wollte ich denn eigentlich ich brauche warte mal den will ich haben brauche ich 20 von denen dann müssen wir ein 20 brauchen wir was brauchen wir wir brauchen äh die 3 in der Base hier selber hat sich noch nichts verändert wir brauchen halt jetzt erstmal die die noch dann muss ich äh dann muss ich äh den ein bisschen umbauen das müssen wir mal schauen wie wir das machen wir haben 20 äh warte mal können wir jetzt bauen ein logistik knie bauen so der soll jetzt da drüben herstellen sprengstoff das heißt das kommt weg hier muss ja sprengstoff rein ja so warte mal mir fehlt da gerade was audio music wird es zu laut ist müsste es sagen dann macht man es ein bisschen leiser ich habe das habe ich einfach nur nebenbei sind guckt und bei fleisch genau das hier ist dann müssen wir im k3 sehr geil muss ich runter und das da unten irgendwie abschneiden auch was aufgekommen hier kommen wir damit her da haben wir hier einen splitter zu finden der splitter ist schon vollgelegt ok wir kommen da nicht weiter doch wir kommen weiter rüber dann waren wir weg äh nein nehmen wir mal jetzt bauen wir mal hier ein stück zwei 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 ja warte mal hier früh zehn zehn jetzt ok geht nicht warum nicht ach wir haben nicht genug betrieben dabei ok so pass auf da müssen wir jetzt bei container bauen und zwar will ich große habe ja wir kommen von da einmal einmal zweimal die funktion komischerweise da im splitter mal rein mal rein nehmen wir den Möchte ich aber einen K3 haben, danke. So. Dann brauchen wir ein paar Fließbänder. Genau die, eins, zwei, geradeaus soll, wie nennt sich das? Stahlträger, okay. Geradeaus soll Stahlträger. Stahlträger. Ja, macht doch schon. Rechts. Ne, jetzt rechts. Oh, das ist Schmerzpulver, ne? Genau. So. Und jetzt müssen wir hier noch ein bisschen, ich weiß nicht, was es ist. Warum geht er hier nicht drüber? Ach, bleib mal kennen. Wir haben kein Beton. Aber wir kennen ja, äh, ja, doch, können wir. So. Das Eisen. Da hin. So. Mal gucken, ob das so funktioniert. Dann geht mir das Vogelschalter. So. Dahin. So. Wir haben heute den ersten Elften. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Woche Völken ausbringen kann. Aber letzte Woche in Nürnberg, auf Montage, müsste ich das alles am Wochenende tun. Bisschen schlecht. Das geht zeitlich nicht hin. Ich hab ja auch noch ein bisschen. Man hat ja auch noch ein bisschen Haushalt und sowas, ne? So. Von daher, ja. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ach, Leute, ich will in den Jetpack kommen. Genau. Wir haben jetzt hier. Echt, das war bloß... Die ist farblos, weil wir kein Material hatten. Das ist okay. So weit brauchen wir nicht. Das wäre ja quasi Verschwendung. Wir haben jetzt hier... Oh, was hab ich denn da eigentlich? Doch, da hab ich, glaube ich, schon angefangen. Wir brauchen jetzt hier das Schwarzpulver. Äh, Schwarzpulver. Ich mach jetzt mit der hier. Ja. Oh. Mit da zu Hause. Oh, ja. Ist der. Okay. Das ist jetzt nur rudimentär, also. Los, das muss ich jetzt mal so provisorisch. Das muss jetzt provisorisch mal zusammenknippern. Ich möchte gerne ein paar Festplatten holen. Aber dazu brauche ich Sprengstoff. Auf. Wie kann ich da hin machen? So. So. Jetzt könnte da der Sprengstoff hin. Jetzt müssen wir rüber. Und da die Station in Bord. Dann wär mal hier, mach ich ne. Da. Die Bauern haben wir da gehört? Äh. 19. Ui. Da brauchen wir da noch einen. 2 oder 3 machen. Wie sieht's denn eigentlich aus? Jetzt hier eine. 19,2 oder 19,2. Sieht gut aus. So. Dann brauchen wir noch ein paar Kabel. Ah. Können wir das jetzt bauen? Ja. So. 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 Dann fetzt man da mal rüber. Dann müssen wir uns den LKW wiederholen. Dann müssen wir die alte Route löschen. Dann bauen wir mal eine neue. Mit dem Schlepper. Dann bauen wir eine neue Route. Und dann sollte das eigentlich vorwärts gehen. Oder auch nicht. Weil wir haben ja keinen Treibstoff. Ehhh. Wir haben keinen Treibstoff dabei. Toll. So. 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 Wie hab ich denn den denn jetzt her? kommt dann von da hinten und so hier vorbeifahren oder stellen wir den doch einfach da her die pfeile haben oder so Was steht da oben? Okay, da Dann braucht man Strom Was habe ich da denn gemacht? Könnte nicht mal einstecken, weil der voll ist Wir sind ja gerade Die sind an uns vorbei Vielleicht haben wir Glück, dass wir es schaffen Wir müssen noch kurz warten Aber wir müssen ja diese Route neu machen Das ist vor uns Oh, der schafft man nicht Das schaffen wir nicht Obwohl, der doch Wir können es schaffen, wir haben 20 Sekunden eingestellt So Wo ist er da also? So Äh Wir müssen jetzt So Womit? Oh, auf nochmal starten So 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 Jetzt fahren wir mal hoch Machen eben mal eine neue Route Wenn sollte es gehen? So 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 Ja gut, den lassen wir eh bloß so lange fahren, bis wir dann irgendwann mal hinzukommen. Dann wird ja noch ein bisschen weiter zugemacht. Dann wird ja noch eine Schnee gehen. So. Ah, je. Ich werde jetzt einfach da durchfahren. So ist sie ja gehen, ne? Ah, Scheimgläser. Ich muss schon mal wegnehmen. Das ist eine Pause, die hier mal aus. Dann soll es funktionieren. So, und jetzt müssen wir hier runter. Ja, wir haben ja nachher diese Produktion von den Ressourcen. Das ist auch mein Archiv. Wir haben hier Beton, wir haben unten Stahl. Und im Moment müssen wir es halt so machen. Solange wir immer keine Züge haben. So, und jetzt ruf voll auf die Bremse. Und dann müssen wir leider die ganze Strecke nochmal anfangen. Ist die eine Pause, dann haben wir es nicht. Das war aber eh noch breiter hier. Bei meinem Zug dann so fahren, das weiß ich auch noch nicht. Ich versuche halt gerade nur einfach Vollgas zu geben. Also ich verstehe, jetzt habe ich das gut auch noch offen. Jetzt hält sich die CPU, dass das da eigentlich ist. Mal auf einmal sitzen, ich merke mich nicht. Ja, genau. Das ist hier genau auf dem Weg von der anderen von uns. Wir kommen ja da durch. Wir können ja bloß selber nicht da durchlaufen. Ist das schwierig? Ja, deswegen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ne, hier noch nicht. Die Zeit rennt weg. Dann fällt es mal wieder los. Ich glaube, was der beläht, ist dem glaube ich egal. Aber das sehen wir gleich, was so funktioniert. Wir müssen halt losgucken. Oh, schade. Wir haben, glaube ich, ein ganz anderes Problem gerade. Wir haben, glaube ich, ein ganz anderes Problem gerade. Wir haben, glaube ich, ein ganz anderes Problem. Und die Zeit, glaube ich, ein ganz anderes Problem. So, gerade oben ist der leer. Und ich habe nichts einstecken. Ist schon. Zinnig, warum liegt der da nicht? So. Aufnahme stoppen. 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 Aufnahme stoppen.